ZEBEN Kannst du den Spielstand mal einblenden nehmen? 0,0 ist es Ah Scheiße Büsse herrlich 0,0 Ja ich bin nicht der schlechteste von Spielen Wieso sprich ich dir eigentlich noch in die Ball zu? Hup! Aus! Akt aus! Oh! Wieso läuft der denn nicht? Das ist ja ein Schlitter war nicht dabei Die Zocker vom Dienst Hey jetzt komm Ja komm ich hab ja auch nichts zu ändern Ich hab doch keine Ahnung Ja gut dann lass ich das dazu Bei euch trotzdem 433 Das ist in Köln wie irgendwann raus Sorry Muss ich jetzt nach oben oder nach unten schießen? Du bist doch die Gestreifte Also musst du nach unten Achso Ich muss jetzt nach unten nach schießen Mhm So und wer hat den Ball jetzt? Wir haben mich gerade gefoult Achso Ich hab ja keine Ahnung Ah wer dann? Was war das? Wer bin ich denn jetzt? Du bist die Gestreifte Achso Ich bin mir leid Ich hab mir gesagt ich kann müssen Das wird so ein Kollege hier Ja Ja Er ist noch Elbe Ich hab Nein Hä? Der spielt mich würd Nein Ich lass es nicht zu Ich lass nicht zu dass der Öff Ja Du hast bisher noch keine Chance gehabt Ich hab hier jetzt nicht ganz Kann man da wenn man den Knopf länger gedrückt hätte Kann man dann irgendwie Nein du kannst wenn du schießt den Ball nach zirkeln So zum Beispiel So zum Beispiel Hoffentlich hast du das jetzt nicht mit drauf Was für ein Ton Boah das ist ja scheiße Was ist das denn? Wieso muss ich denn? Ich will noch hoch Wieso muss ich denn nach vorne gucken? Kannst du noch mal innen? Hä? Ich will nicht nach vorne gucken Wollt ihr gleich machen? Ja Wie heißt das nochmal? Baby Joke Ach Gott Ach Gott Ja das ist scheiße ich muss nach vorne gucken Ich muss ein Gas geben Ein Car Racer mit zwei Amigas Mit Null wurde im Carbo Nur Gas Ja geht doch Ja geht Bist du geschlafen? Er ging umgelegen jetzt seitdem Ja ich starte gegen überlegen Ach ne doch ne Hit der Hit der Ich bin vor euch Ich bin vor euch Du kannst sagen Du kannst ihn dann überholt Ich kanns sagen Du kannst ihn dann überholt Im Spiel wechselt man auch eigentlich keinen Stick Das war dringend Das war dringend Du nimmst vorne Scheiße Der Sekunde nimmst unten Ja sehr schön Wie meine Sekunde nimmst vorne Ich weiß das Und weißt du jetzt den anderen? Ne Das ist Geschmackssache Ja eben das ist gewöhnungsbedürftig Ich spiele eigentlich nur beim Competition Also ich konnte diese Quickjoys und Joydings da nicht immer bleiben Ich habe den schon auf dem Ziel damals gehabt vor 12 Jahren Also seitdem ein Geldchen auch noch Aber schlecht waren die auf jeden Fall nicht die Ich bin damit groß geworden Da war ich 6 Jahre alt Ich hab so viel reingeproßelt Ich hab mich nur geängert Deswegen Ja Na ja Man kann sich einfach nebenbei Fertig Die Probleme Scheiße Ja Das ist ja ein Schweinehantel Also wir sehen hier das Ergebnis eines bis jetzt Wie viele Stunden waren es? Ungefähr 24 stündigen Zockerabends mindestens wobei die hälfte davon ein beziehungsweise zwei leuten zu verdanken ist aber nicht mir ja was haben wir denn da alles fängt an mit warsteiner und ja auf jeden fall uns selber ich glaube ich mache ein standbild davon und zähle das nachher mal durch und hier ist einer der daran schuld ist der mit beteiligt war